Das Weingut Paul Chaboulet befindet sich in der nördlichen Rhone im weltberühmten Ort Thain L'Hermitage. Chaboulet und Hermitage, das sind zwar wirklich klangvolle Namen in der Weinwelt, stehen sie doch beide für tolle Qualitäten. Der Secret de Famille ist eine wunderbare Cuvée aus Grenache und Syrah mit viel Charme und Trinkvergnügen. Darüber hinaus noch zu einem wirklich fairen Preis.